hallo ihr lieben und willkommen in foxys kleiner hausapotheke heute schauen wir uns ein wahres wunderkraut an ich bin total begeistert davon und ihr erfahrt welche anwendung und wirkweisen dieses pflänzchen mit sich bringt es gibt pflanzen die einfach in keinem guten klostergarten oder bauern garten fehlen dürfen einfach weil sie so viele anwendungsmöglichkeiten haben und so starke heilmittel darstellen der salbei gehört auf jeden fall dazu und er hat es auch geschafft sich über die jahrhunderte auch in unsere kleinen gärten auch in unsere blumentöpfe oder in die balkonkästen einzug zu halten um den salbei gibt es auch viele sinnsprüche und merksätze so heißt es unter anderem warum soll ein mensch sterben wenn salbei im garten wächst das haben schon im 13 jahrhundert an der fakultät von salerno in der ältesten medizinischen einrichtung europas sozusagen ja die gelehrten als sinnspruch mitgegeben mit dem ziel dass der salbei möglichst in alle gärten gebracht werden soll es heißt aber auch hast du salbei im garten müssen die ärzte warten schon im 10 jahrhundert haben arabische ärzte den salbei benutzt um ihre geistigen fähigkeiten zu steigern und auch heute ist er ziemlich interessant in der alzheimer forschung als medikament im alten china war der salbei als würzkraut und auch zum konservieren von fleisch höchst gefragt natürlich wird der salbei in den küchen und für viele rezepte gerne genutzt aber viele haben auch vergessen dass er ein uraltes und sehr starkes heilmittel ist die guten inhaltsstoffe vom salbei kann man sich auf viele einfache arten ja einfach nutzbar machen zum beispiel als salbei tee man kann aber auch ein salbei öl oder ein salbei essig herstellen auch in vielen körperpflege oder zahnpflegeprodukten findet man den salbei als natürliche alternative und das hat gute gründe auf klug heißt der salbei salvia officinales das heißt übersetzt so viel wie heilende arzneipflanze der salbei kann frisch oder getrocknet als teekraut entweder pur wer das mag oder auch in vielen teemischungen ja einfach in den alltag integriert werden er kann helfen den ganzen körper zu stärken das immunsystem zu stärken und es wird ihm auch nachgesagt früher für glücklichen beischlaf genutzt worden zu sein aber auch als ritual pflanze wurde der salbei genutzt zum beispiel als grabbeigabe um die toten zu schützen aber auch als teil von räucherbündungen gegen schlechte einflüsse als teekraut kann man ihn wie gesagt frisch oder getrocknet benutzen vielleicht auch mit etwas honig oder zitrone noch anreichern oder eben in teemischung hinzufügen der salbei kann hilfreich sein um den blutdruck zu senken bekannt ist der salbei vermutlich auch in form von husten bonbons man kann ihn aber auch als tee bei vielen atemwegs erkrankungen zur linderung einsetzen bei husten bei bronchitis bei halsentzündung früher wurde er sogar bei tuberkulose angewandt und hatte auch lindern können wenn man spezielle beschwerden hat sollte man den tee kurmäßig anwenden das heißt man trinkt den zwei bis drei wochen frühmittag und abends eine große tasse vom salbei tee und macht dann auch wieder pausen weil sonst auch gewohnheitseffekte im körper entstehen können der salbei stellt ein natürliches antibiotikum dar vor der zahnbürste und zahnpasta wurden einfach salbei blätter um den finger gewickelt und damit die zähne geputzt das hat sowohl den belag entfernt als auch vorgebeugt gegen zahnfleisch bluten und karies weil der salbei eben eine antibakterielle und pilz hemmende wirkung aufweist salbei wird auch genutzt für viele hautpflegeprodukte wie deo oder lotion dann kann man sich auch selber was herstellen besonders bei übermäßiger schweißbildung kann selber hilfreich sein äußerlich wie auch innerlich als tee angewandt egal ob das nachtschweiß betrifft oder den der in den wechseljahren vorkommen kann oder einfach auch übermäßigen achselschweiß da kann der salbei mit seiner antiseptischen und zusammenziehenden wirkung sehr hilfreich sein die ganzen empfehlungen die ich jetzt hier hauptsächlich auch nur weitergebe ich habe das ja nicht selber erfunden sondern es gibt viele kräuterleute die den salbei schätzen und nutzen ich möchte nur noch mal erwähnen dass man bei ernsthaften krankheiten natürlich den besuch beim arzt ja nicht ersetzen sollte mit einem salbei tee aber es gibt bestimmt fälle wo man da zusätzlich oder auch als ersten weg mal den kräuter tee versuchen kann maria treben hat beim salbei noch einige weitere anwendungsmöglichkeiten aus ihrer zeit aufgelistet dazu gehört unter anderem dass er schlaganfälle verhüten kann er kann bei rückenmark leiden lähmungen krämpfen und glieder zittern hilfreich eingesetzt werden er kann äußerlich aufgelegt bei insekten stichen gut helfen und bei magendarmproblemen ist er auch auf jeden fall empfohlen der salbei tee früher wurde er sogar bei leberkrankheiten angewandt und maria treben meint dass so manche mandel entzündung nicht nötig gewesen wäre wenn man vorher mit dem salbei eingegriffen hätte wenn euch mehr kräuter und wie die funktionieren was die alle können wie man die anwendet wie die wirken interessieren dann könnt ihr gerne noch in meiner playlist nachschauen ja wo es um die kräuter und heilpflanzen zur selbstversorgung geht ich wünsche euch ein schönes wochenende und bis zum nächsten mal tschüss